Jetzt komme ich zum nächsten wunderbaren Projekt. Das Projekt heisst «Der Schachspieler» und ist entworfen und konzipiert worden von Lonsoner Performancegruppe «Bottle Fat». Das sind Katrin Yvonne Bigler und Rebecca Fernandez-Lopez in Zusammenarbeit mit Andreas Scherer, Daniel Wotli und Philipp Moll. Der Schachspieler ist konzipiert worden für das 20. Dürrematt im Dezember 2010, ist eine Performance, die frei improvisiert, frei inspiriert ist, aber ein Zusammenhang mit dem Textpragment von Friedrich Dürrematt, der auch heisst «Der Schachspieler». Das ist alles. Viel Vergnügen mit diesem Schachspiel. Das ist alles. Viel Vergnügen mit diesem Schachspieler. Das ist alles. Viel Vergnügen mit diesem Schachspieler. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 . 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.